hallo erstmal hier ist der diegel und es ist mal eine zeit wir es wird mal zeit news zu verbreiten und zwar es ist der internationale freundinnen tag zeige denn liebe und wertschätzung für deine partnerin oder bff was auch immer das heißt indem du ihnen eine song buch jetzt halt das zweite meinte song oder ein gedicht schreibt der beste gewinn ein besonderes geschenk für deine freundin ein kostüm nach wahl sie kann jedes kostüm wählen außer den neuesten versionen ja wie du teilnehmen kannst erstens poste dein gedicht song in diesen treat du kannst kreativ sein du kannst ein video eine grußkarte oder einfach nur den text riking leihrecken eingeben oder die zweite achte darauf dass du in deiner antwort dein ign und das ign deiner freundin nennst in den name ich glaube das heißt in den name wie auch immer regeln für die teilnahme wir akzeptieren nur eine ign bewerbung von einer freundin du kannst nicht mehr bewerbungen für dieselbe person senden die drei besten einsendungen erhalten ebenfalls eine weitere belohnung es wird drei gewinner für jedes regionen geben die vereinstellung wird für alle regionen gültig sein du kannst den song das gedicht auf englisch deutsch oder französisch schreiben das wäre doch mal was für euch und das video kann bis zu drei minuten länger sein das gedicht sollte in 14 zeilen sein aber nicht so wie meins bitteschön danke das gedicht sollte in 14 zeilen habe ich schon gesagt entschuldigung der text sollte von dir geschrieben werden kein plagi plagiagnist ist erlaubt was auch immer das ist eine mehrfach teilnahme in verschiedenen regionen für zur disqualifizierung denke ich mal ihr habt bis zum 7 august kurz vor 12 uhr nachts zeit eurem beitrag einzureichen die gewinner werden in diesem schritt am 8 august angekündigt viel spaß dabei und ich sage viel spaß mit dem event und einen wunderschönen und einen wunderschönen internationalen freundinntag tschüss